Hey Leute, was ist los? Seid ihr daran interessiert, was wir für euch gefunden haben? Nun, ihr seid dabei, den heißesten Fidget Spinner und die kleinste Spielkonsole zu sehen, die ihr je gesehen habt. Oh, vielleicht können wir euch davon überzeugen, dass Origami auch cool sein kann. Vergesst nicht, die Beschreibungsbox mit allen Links zu den Produkten zu überprüfen. Los geht's! Nun, es gibt zwei große Probleme mit Masken. Das Schutzniveau und die Ästhetik. Hier ist eine Option, die tatsächlich beides hervorragend erfüllt. Sie verfügt über ein innovatives Design, das ein Stormtrooper-Helm erhellnert. Indem dein Gesicht vollständig bedeckt wird, bietet sie vollständige Privatsphäre und hält gleichzeitig alle Viren und Schadstoffe fern. Die Luft, die du atmest, geht durch zwei austauschbare HEPA-Filter. Das ergonomische Design zusammen mit dem breiten Kopfband ermöglicht es dir, die Maske den ganzen Tag über bequem zu tragen. Diese Maske verwendet zwei magnetische Paneele und man kann sie mit verschiedenen Mustern, Farben und Materialien individuell gestalten. Stilvoll und sicher. Als nächstes kommt hier eine Wanduhr, die einfach und erstaunlich zugleich ist. Sie stellt die geheimnisvolle Oberfläche des Mondes dar. Aber hier ist der beste Teil. Sie leuchtet auch im Dunkeln. Ansonsten hat die Uhr ein super leises Uhrwerk, sodass sie nachts nichts stören wird. Mit einer Größe von 30 cm nimmt sie nicht viel Platz weg. Trotzdem ist die Uhrzeit gut sichtbar. Die Uhr wird mit einer einzigen Batterie betrieben. Die Montage ist kein Problem, da der Haken bereits in der Verpackung enthalten ist. Dieses Design eignet sich perfekt für jedes Interieur. Diese hochwertigen, wiederaufladbaren LED-Leuchtstäbe können in vieler Hinsicht immer wieder verwendet werden. Ohne chemische Stoffe, um die man sich kümmern muss, oder Batterien, die man austauschen muss, vereint dieses Gerät den Komfort der Wiederaufladbarkeit mit einem kompakten Gehäuse, das für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Die Sticks ermöglichen es einem, zwischen dem farbwechslenden Disc-Open-Modus, den grünen, blauen, roten oder dem rot blinkenden Modus mit einem einfachen Knopfdruck zu wählen. Darüber hinaus sind die Stäbe wasserdicht und mit einem speziellen Befestigungssystem ausgestattet, das ein einfaches Anbringen und Abnehmen ermöglicht. Ein absolutes Muss für die Notfallausrüstung im Auto oder zu Hause, für stundenlange Sichtbarkeit und Sicherheit in der Nacht. Hier ist ein Must-Have für jeden YouTuber. Mit dieser Action-Kamera kann man alle Arten von Videos in ultrahoher Qualität aufnehmen. Sie zeichnen sich durch ein modulares Design aus, das sich unterwegs schnell umbauen lässt. So kann man zusätzlich das duale Linsen 360-Modul nutzen, das in verrückter 5,7K-Auflösung filmt. Du kannst verschiedene Effekte wie Zeitlupe, Zeitsprung und Stop-Motion nutzen. Anschließend wechselt man zum 4K-Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Dank der Flow-State-Stabilisierung werden diese Aufnahmen unglaublich flüssig. Die Cam unterstützt auch KI-gestützte Tracking-Algorithmen sowie HDR-Fotos und Videos. Zusätzlich gibt es das 1-Zoll-Modul, das von Leica mitentwickelt wurde. Dieses Objektiv sollte großartig für Umgebungen mit wenig Licht sein. Da es sich immer noch um eine Action-Cam handelt, ist sie super kompakt, wasserdicht und wird mit einem unsichtbaren Selfie-Stick geliefert, falls man keine Drohne hat. Sie unterstützt bis zu 1TB MicroSD-Speicher. Großartig! Die Organisation des eigenen Arbeitsplatzes ist so wichtig, besonders wenn sich das Büro zu Hause befindet. In dieser ergonomischen Laptop-Ständer verwandelt dein Bett, Sofa oder sogar den Boden in einen bequemen Arbeitsbereich. Die verstellbare Höhe reicht von 4 bis 48 cm, somit steht es jedem frei, seine Position zu wählen. Dank der relativ großen Fläche passt der Tisch für Laptops verschiedener Größen mit bis zu 17 Zoll Bildschirmen. Zudem kann man jeden beliebigen Winkel wählen, da es einen speziellen Stopper gibt, der den Laptop vor dem Verrutschen bewahrt. Darüber hinaus ist der Tisch mit Belüftungslöchern ausgestattet, damit das Kühlsystem richtig funktioniert. Der aus hochwertigem Aluminium gefertigte Tisch ist sehr langlebig und wiegt trotzdem nur 1 Kilo. So kann man mit Komfort arbeiten. Manche Leute sagen, dass Fidget Spinner absolut nutzlos sind. Nun, bei diesem hier definitiv nicht. Dieser Spinner ist auch ein elegantes Feuerzeug für Zigaretten. Er braucht weder Benzin noch Treibstoff. Er wird einfach mit einem Standard-Mikro-USB-Kabel aufgeladen. Dank der integrierten LEDs kann dieser Spinner auch in verschiedenen Farben leuchten. Das Gehäuse aus Zinkligierung und die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine wirklich lange Lebensdauer. Trotzdem ist er mit nur 85 Gramm kompakt und leicht. Du kannst bis zu 9 Minuten ununterbrochene Rotationen erreichen. Vielleicht hilft das ja auch, mit dem Rauchen aufzuhören und mit dem Spinnen anzufangen. Es ist wirklich schwer, Fotos und Videos zu bewahren, die vor dem digitalen Zeitalter entstanden sind. Dieses Gadget wird dir helfen, all deine Familienarchive zu digitalisieren, damit sie für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Keine Sorge, es ist ganz einfach. Dieses Gerät unterstützt 8 Filmformate, einschließlich 35mm, 8mm und negative. Alles, was man tun muss, ist, einen der mitgelieferten Adapter zu wählen und den Film einzulegen. Jedes prähistorische Tier wird dann in ein reguläres JPEG-Bild umgewandelt. Der intrigierte 4,3 Zoll Touchscreen bietet eine einfache Steuerung. Selbst Helligkeit und Farbeinstellungen können angepasst werden. Dank des HDMI-Ausgangs lassen sich die Bilder sofort mit einem Fernseher betrachten. Die Bilder kannst du entweder auf einer SD-Karte speichern oder auf deinen PC oder Mac übertragen. Aber was ist mit Videos? Hierfür gibt es ein etwas größeres Gerät, aber die Funktionen sind recht ähnlich. Es konvertiert 8mm und Super 8 Rollen in MP4-Filme in 1080p-Auflösung. Es unterstützt verschiedene Spulengrößen bis zu 23cm. Wie beim vorigen Gerät ist die Bedienung einfach und man kann die Belichtung, Schärfe, Bildmitte und viele andere Einstellungen anpassen. So lassen sich deine Erinnerungen speichern. Gehörst du zu der Sorte Mensch, die gerne ein paar Notizen auf mehrere Blätter schreibt und sie dann nicht mehr findet? Oder vielleicht gehörst du zu der Person, deren Schrift sich am Boden des Notizbuchs in Gekritzel verwandelt, weil es nicht mehr der bequemste Platz zum Schreiben ist? Darf ich vorstellen. Reconnect. Das erste anpassbare Skizzenbuch mit wieder anbringbaren magnetischen Seiten. Jep, das Geheimnis ist eine Reihe von Magneten im Buchrücken, die es ermöglichen, dass das Papier sitzt, ohne dass man Angst haben muss, dass die Seiten herausfallen. Aber sie lassen sich auch ganz einfach nach Belieben wieder entfernen. Genau das bietet zahlreiche Vorteile. Es geht nicht nur um bequemes Schreiben. Man kann sich das benötigte Rezept einfach vor den Augen halten, die Seiten kopieren und scannen. Und dann einfach wieder zurücklegen. Wenn keine freien Seiten mehr vorhanden sind, einfach neue nachlegen. Das Hartschalen-Notizbuch aus Kunstleder ist so konzipiert, dass es hunderte von Nachfüllungen übersteht. Das Notizbuch ist in mehreren Größen erhältlich. Du wählst einfach die bevorzugte Größe aus. So ein tolles Arbeitsmittel. Sogar Ikea lässt sich jetzt bei den Produkten vom Star Wars Universum inspirieren. Hier ist also die vom Todesstern inspirierte Lampe. Nun, sie ist etwas anders als das Original, aber ihr Design ist wirklich einprägsam. Der Lampenschirm besteht aus 48 Einzelteilen. Wenn sie zusammengesteckt werden, bilden sie eine perfekte Kugel, die als leicht gedämpftes Stimmungslicht funktioniert. Aber wenn man an den Schnüren darunter zieht, verwandelt sich die Lampe und gibt viel mehr Licht frei. Das coole Muster, das dadurch an der Decke entsteht, wird sicher gefallen. Apropos kreative Lampen. Hier ist eine weitere, die deine Aufmerksamkeit verdient. Das origami-inspirierte Design lässt sich so leicht und subtil wie ein Stück Papier aussehen. Aber in Wirklichkeit ist sie aus ultradünnem Edelstahl gefertigt. Es gibt 6 tolle Farboptionen, aus denen man wählen kann. Wenn du dich gefragt hast, wie sich Gulliver in Lilliput gefühlt hat, hier ist eine Reihe von Gadgets, die es dir erklären können. Sie alle haben zwei Dinge gemeinsam. Winzige Größen und nostalgische 80er Jahre Ästhetik. Was kann besser sein? Also, zuerst haben wir diesen winzigen TV-Bausatz. Trotz seiner lächerlichen Größe kann er bis zu 5 Stunden lang deine eigenen Filme und Videos abspielen. Außerdem kommt er mit seiner eigenen Mini-Fernbedienung. Dann ist es an der Zeit, die alte Schule der Spielhallen wieder aufleben zu lassen, in winziger Größe, versteht sich. Dieser Spielautomat hat ein schlankes, transparentes Design, aber vor allem ist er voll funktionsfähig. Er verfügt über einen kompletten Satz Tasten sowie intrigierte Lautsprecher und SD-Kartenspeicher. Du kannst alle Klassiker spielen und sogar Videos anschauen. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge ähnlicher Spielhallen mit unterschiedlichen Designs und vorinstallierten Spielen. Wie die von Hasbro, die von der Serie Stranger Things inspiriert ist. Oder eine andere Maschine, die mit einer coolen Bibliothek von Retro-Spielen kommt. Diese winzige Version der kultigen Heavy-Barrell-Arcade ist sogar mit einem Kopfhöreranschluss ausgestattet. Diese kleine tragbare Konsole ist so etwas wie der Großvater der PSP. Du wirst das Gadget selber zusammenbauen müssen, was wirklich Spaß machen dürfte. Über eine SD-Karte lassen sich beliebige Spiele installieren. So kannst du endlich all deine Lieblingsspiele wieder spielen. So kannst du eigentlich eineueprint later aufhalten. 민� Village gut tun. Ich sah die Schwiebel an